Die Geissens, Cora Schuhmacher und der Wendler mit seiner Gattin Laura Müller. So teuer ist ihr Lifestyle. Die Verschwendungssucht machte sie zu Superstars mit eigener Fernsehshow. Auch abseits der Kameras polarisieren und provozieren die Geissens immer wieder mit ihrem Geprotze. Jetzt könnten selbst sie mal übers Ziel hinausgeschossen sein. Die Geissens, ihr neuster Shoppingplan. Ihre Liebe kennt kein Preislimit. Zum 29. Hochzeitstag ließ es das Millionärs paar Mal wieder so richtig krachen. Während sich Unsereins mit Pralinen und Blumen begnügt, muss es bei Robert schon mindestens ein neuer Cadillac sein. Kostenpunkt. Rund 130.000 Euro. Und damit auch Carmen nicht zu kurz kommt, geht es mit dem neuen fahrbaren Untersatz direkt zum nächstgelegenen Juwelier. Robert weiß. Alles was glitzert und blinkt, will Carmen haben. Dabei ist sie wie so ne Elster. Und er soll recht behalten. Von sowas habe ich immer geträumt. Mein Leben lang, jubelt Carmen und gönnt sich gleich zwei Ringe und ein Armband für schlappe 200.000 Euro. Aber es bleibt nicht die teuerste Anschaffung des Tages. Wir können das jetzt nur kompensieren, indem wir noch mehr Geld ausgeben, meint Robert trocken und kauft prompt noch eine Villa in Dubai. Wer jetzt denkt, das wäre sogar für die Geissens übertrieben, liegt falsch. Denn gegenüber Klosser verriet das Paar seinen neuesten Shoppingplan. Sie hätten schon überlegt, so Robert, als wäre es das normalste der Welt, ob wir uns nicht eine Privat-Insel in Thailand kaufen. Was so ein Eiland wohl kosten mag? Aktuell auf dem Markt wäre eins für rund 120 Millionen Euro. Im Vergleich dazu war Carmen's Schmuck-Shopping natürlich ein Schnapper. Mit diesem Budget muss Cora Schumacher auskommen. Anders als die Geissens kann sich Cora Schumacher keine eigene Insel leisten. Ihr monatliches Budget lässt uns aber trotzdem staunen. Ich kaufe nichts, ich bin selber arm, witzelt die Rennfahrer-Ex in der Sat. Einst Doku über Geld spricht man doch. Dort legt sie ihre Finanzen offen. Sie nennt eine 700 Quadratmeter Luxus-Villa mit Pool in Düsseldorfer Bestlage ihr eigen und verfügt über ein monatliches Budget von 10.000 Euro. Wegen der Raten für ihr Haus und ihren diversen Beauty-Ausgaben bleiben ihr davon am Ende allerdings nur rund 200 Euro übrig. Ich habe keine Lust mehr. Ich arbeite eigentlich immer nur für mein Haus, jammert sie. Gibt aber gleichzeitig zu. Trotz ihrer 30.000 Euro teuren Küche bleibt. Michael Wendler und Laura Müller Luxus leben dank Onlyfans. Während Cora Schumacher ihr Geld mühsam in unangenehmen Reality-Shows verdient, muss Laura Müller dafür nicht mal ihr Bett verlassen. Denn die junge Wendler-Gattin scheffelt Kohle in den eigenen Laken. Lastiv und ohne Kleidung regelt sie sich dort nahezu täglich für ihre Follower bei Onlyfans, einer Plattform, auf der man mit Nacktheit Geld verdienen kann. Was ihr hochverschuldeter Ehemann Micha davon hält, der macht sogar die Fotos. Für mich ist der Wendler ein moderner Zuhälter, lästerte Carmen Geis. Doch was immer man von diesem Business halten mag, es läuft. Ein Beispiel gefällig, Bella Trone verdient über die Plattform rund 11 Millionen Dollar, und das monatlich. Selbst wenn es bei Laura wohl nur ein Bruchteil davon ist, kann sie sich ihre luxuriösen Taschen und den Schmuck locker leisten. Manche Menschen machen für Geld eben wirklich alles.